Haben Sie schon einmal einen Finanzbericht gelesen, um ein Unternehmen zu beurteilen? Oder haben Sie ein Online-Finanzportal besucht, um eine Aktie zu analysieren? Ich vermute, Sie haben weder das eine noch das andere sehr oft gemacht. Denn beide sind nicht nur einschüchternd, sondern oft geradezu irreführend. Bei Obermatt machen wir Finanzkennzahlen intuitiv, sodass sie von jedem einfach verstanden werden und richtig interpretiert werden können. Wir denken, Finanzkennzahlen müssen so einfach sein wie Sportresultate. Egal für welche Sportart Sie sich interessieren, anhand der Rangliste erkennen Sie immer sofort, wer der beste Athlet ist. Sogar wenn Sie nichts von dieser Sportart verstehen, können Sie anhand von Rängen beurteilen, wer gut war und wer weniger gut war. Die Obermatt-Finanzanalyse macht das Gleiche mit Aktien. Wir drücken die Kennzahlen in Form von Rängen aus. Ein Obermatt-Rang von 100 bedeutet, dass dieses Unternehmen in dieser Kennzahl besser war als alle anderen Unternehmen, also alle anderen ähnlich gelagerten Aktien. Um bei Obermatt einen hohen Rang zu erzielen, muss ein Unternehmen besser gearbeitet haben als alle anderen Unternehmen, die ähnliche Produkte herstellen, die in ähnlichen Märkten operieren und die ähnlichen Rohstoffe verarbeiten. Auf diese Weise wird die Interpretation von Finanzkennzahlen so einfach wie die Interpretation von Sportresultaten. Je höher der Rang, desto besser ist das Unternehmen. Gehen Sie also zur Obermatt-Webseite und schauen Sie sich die Unternehmen an, für die Sie sich interessieren. Viel Spass dabei!